Liebe Brüder und Schwestern, wir haben erneut einen Sonntag und so schnell vergeht Woche für Woche, vor allem als wir angefangen haben, die Gottesdienste in so einem Format abzuhalten. Ich weiß nicht, wie es für die anderen ist, aber mir scheint es so, dass die Zeit noch schneller läuft. Und an diesem Sonntag freuen wir uns, euch alle in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus begrüßen zu dürfen. Preis den Herrn für diese Möglichkeit, die wir besitzen. Wir möchten heute diesen Gottesdienst genauso im Namen Jesu Christi durchführen. Und so wie er versprochen hat, da wo zwei oder drei versammelt werden in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Wir möchten unsere Gottesdienste nicht anfangen ohne ihn. und ich denke, dass auch ihr alle, unsere lieben Brüder und Schwestern, die sich versammelt haben in ihren Wohnungen oder Häusern, mit euren Familien, ich denke, ihr wünscht dasselbe, dass der Herr uns alle reichlich segnet. Deshalb bitte ich euch aufzustehen und zum Herrn zu beten, um den Segen des Herrn zu bitten für diesen gesamten Verlauf dieses Gottesdienstes. Möge alles, was hier geschieht, Möge es uns zur Erbauung, Ermahnung und zum Trost dienen. Amen. Давайте wstanem, помолимся. Lasst uns aufstehen und beten. Nаш дорогой Спаситель Jesus Christus, unser himmlischer Heiland Jesus Christus, wir danken dir auch für diesen Sonntagmorgen, den du geschenkt hast. Wir haben Wohlstand und sind heute an diesem Ort und befinden uns in Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern. Wir möchten diesen Gottesdienst heute abhören. Wir bitten dich, Herr, segne uns an diesem Ort in diesem Gottesdienst und segne alle Brüder und Schwestern an ihren Orten, wo sie sich auch immer befinden mögen. Herr, möge deine heilige Gegenwart heute unter uns sein. Bлагослови все, was hier sein wird und möge es dir zur Verherrlichung werden. Uns aber zur Erbauung, Ermahnung und zum Trost. Verschläge dich heute in unserem Gottesdienst, wie du es alleine wert bist, unser liebender Gott und Hirte, Jesus Christus. Amen. 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 Wenn Jesus mich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 die Tür hinter uns schließen, unsere Knie beugen und sich sicher sein darin, dass unser Herr uns hört. Preis sei unserem Herrn. Ich möchte uns heute eine Bibelstelle vorschlagen, das steht geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, von Vers 12 bis 1, schließlich 14. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, und mir eine Tür geöffnet war, und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleich wohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen, und ich reiste nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeiten Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Brüder und Schwestern, und was für starke Worte sind das. Was für eine starke Reaktion von Apostel Paulus. Wir sehen hier, dass er nach Troas kommt, um das Evangelium zu verkündigen, und er findet seinen Bruder Titus nicht. Und er beschreibt weiter seinen Zustand, dass sein Geist keine Ruhe finden konnte. Und wisst ihr, ich denke, jeder von euch, liebe Brüder und Schwestern, unsere Freunde, jeder befand sich mal in so einem Zustand, und das ist für uns kein guter Zustand. Ich denke, wenn wir heute heute ein Wahl haben, ich denke, wenn wir heute die Wahl hätten, dann denke ich, würde sich niemand freiwillig so einen Zustand auswählen. Wenn du keine Ruhe findest in deinem Geist, wenn du keine Ruhe hast, das ist ein sehr schwerer Zustand. Aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf unseren blöden Apostel Paulus. Aufmerksamkeit auf unseren gesegneten Apostel Paulus wenden. Im 14. Vers spricht er folgende Worte. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Wisst ihr, Apostel Paulus, der sich sehr häufig unter Verfolgung befand, der häufig geschlagen worden ist, der häufig irgendwie gedemütigt wurde, der sich durch Gebete und Fasten demütigte. Und hier spricht er folgende Worte, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Apostel Paulus hat in seinem Leben den Sieg gefunden. Oder richtig gesagt, er hat den Schlüssel zu unserem Sieg gefunden, welches unser Herr Jesus Christus ist. Und wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir uns in guten Umständen befinden, wenn wir Gottes Nähe verspüren, und wenn wir den Segen Gottes auf uns spüren, dann fällt es uns nicht schwer, in unseren Herrn Jesus Christus zu glauben. Und uns fällt es nicht schwer, in Christus sich zu freuen. Und genauso fällt es uns auch nicht schwer, diese Segen anzunehmen. Aber wisst ihr, bedauerlicherweise kommt es manchmal so vor, wenn wir in solche enge Lebensumstände geraten, dann fangen wir an unseren Blick von Jesus Christus zu verlieren, der uns zu jeder Zeit einen Sieg anbietet. Sieg anbietet in seinem Namen. Und das ist heute Ja und Amen. Und wisst ihr, er hat uns diese Wahl gegeben. Der Mensch hat die Wahl, entweder wird er heute niedergeschlagen sein, oder er wird heute seine Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Denn wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, dass die Hoffnung, dass die Hoffnung die Gäste erzeugen kann. Der Glaube kann Berge versetzen. Aber auf der Gegend können Berge hervorrufen. Aber Zweifel können Berge hervorrufen. Und Apostel Paulus, der in so einen Zustand gekommen ist, wo sein Geist keine Ruhe fand, im selben Moment spricht er folgende Worte, als ob er sich selbst korrigiert, als ob er sich selbst korrigiert, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, in Christus. In Christus. Und hat mich zu so einem gesegneten Ort berufen, da wo die Menschen, das Volk Gottes, den lebendigen Gott anbeten. Und es kam ein Moment in meinem Leben, als ich mich schon bestimmte Zeit hier an diesem Ort befand, und dann kam so eine Entscheidung, allmählich sein Leben wieder in Ordnung zu bringen und aufzubauen. Und ich erinnere mich an diesen Moment, als wäre es heute gewesen. Ich war jung und ich hatte den Wunsch, eine eigene Familie zu haben. und natürlich möchte man auch einen bestimmten Bildungsgrad erreichen. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war hier im Gemeindehaus unterwegs und habe aufgeräumt. Und dann habe ich folgende Gedanken bekommen. Sieh mal, in diesem Punkt hast du noch eine Unordnung. Aber in diesem Punkt hat Gott dir noch keine Antwort gegeben auf dein Gebet. Und sieh mal, hier in dieser Sphäre hat er einen Bruder gesegnet, dich hat er aber immer noch nicht gesegnet. Diese Not habe ich vor den Herrn gebracht, vor Jesus Christus. Ich habe einfach ganz offen mich auf meine Knie gestellt und habe all meine Sorgen Jesus Christus offenbart. Und er hat mich darin gefestigt. Und es verging ein nur kurzer Zeitabschnitt. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, dass ich hier in der Stadt Laar bleiben muss. Und liebe Brüder und Schwestern, und als ich mich das nächste Mal wieder hier in diesem Gemeindehaus befand, dann war ich hier wieder unterwegs und habe im Foyer aufgeräumt. und auf einmal klingelt mein Smartphone. Ich nehme ab und am anderen Ende war mein Freund Bruder Arthur. Und er hat mir eine Frage gestellt. Du hast doch einen Bildungsgrad, eine Ausbildung gesucht. Hast du deine Entscheidung hast du deine Entscheidung noch nicht über Bord geworfen? Bei uns im Unternehmen wird eine Stelle frei. Ich biete es dir an, unserem Vorgesetzten anzurufen. Er erwartet deinen Anruf. Ich habe ihm angerufen und er hat zu mir sofort folgende Worte gesagt. komm nach einigen Tagen zu einem Vorstellungsgespräch. Wir werden miteinander sprechen und werden entscheiden, wie es weitergeht. Als ich dorthin kam zu meinem Vorgesetzten, zu dem Chef und hatte mich hingesetzt in sein Büro, wo er saß und der Meister. Das war ein sehr kurzes Gespräch, das nicht länger als zehn Minuten ging. und sie hat mir eine Ausbildung und sie hat mir eine Ausbildung angeboten. Brüder und Schwestern, ich glaube daran, dass das vom Herrn gewesen ist, weil für diese Ausbildung man bestimmte Voraussetzungen benötigt. und nach allen Parametern habe ich diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Meine Bildung war nicht ausreichend für diese Ausbildung. Aber Gott hat mich belohnt durch den Vertrauen, den ich in ihn hatte. Gott hat mich belohnt für das Vertrauen, das ich ihm entgegengebracht habe. Aber знаете, Bratia und Söster, dass es mehr wichtig ist, dass ich an dem Ort, an der Stelle geblieben bin, wohin mich Christus berufen hat. Und das ist Gottes Gnade. Ich habe eine Sache verstanden, dass für Gott der Vertrauen, der ihm entgegengebracht wird, sehr kostbar ist. Und dass die Menschen, die ihn suchen, die fest auf sein Wort hoffen, die auf seine Gnade hoffen, diese Menschen erleben den Segen. Und solche Menschen sind sehr kostbar. Wir sind alle sehr kostbar in den Augen des Herrn. Aber ihm gefällt in besonderer Weise, wenn wir ihm vollständig nachfolgen. Da, wo wir uns befinden. Das ist kein Resultat von irgendwelchen zufälligen Umständen. Sondern das ist das Resultat unserer persönlichen Entscheidungen. Und in dieser schweren Zeit kannst du für dich heute Entscheidungen treffen, die wie ein Krebsgeschwür sind. Die können dich immer weiter entfernen von dem Herrn. Die in dein Leben eine Folge bringen wird, die Zerstörung bringt. Aber in genau dieser selben Zeit kannst du für dich persönlich segensvolle Entscheidungen treffen. Und du kannst in dein Herz legen und wie folgt sagen, Herr und mein Gott, bis an diesen Ort hast du mir geholfen. Du hast mich nie verlassen. Und deine Gnade, die begleitet mich tagtäglich. In dieser schweren Zeit möchte ich mich vollständig und dir anvertrauen und dir nachfolgen. Und ich glaube daran, dass der Mensch, der in sein Herz das wie Volk gelegt hat und so spricht, er wird den Segen Gottes erleben und Gottes Nähe verspüren. Und er wird genauso wie Apostel Paulus wie Volk sprechen. Gott aber sei dann, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Als Jesus Christus die letzten Momente in seinem Leben durchlebt hat, als er sich im Garten Gethsemane befand, dann nahm er drei Jünger mit sich. Und dort, als er sich in diesem schweren Kampf und dem Gebet im Flehen vor Gott befand, dann gab es dort einen interessanten Moment. Wenn Jesus Christus молился und die Bibel sagt, dass er mit lautem Flehen betete, dann hatten zu der Zeit Jünger, die er mit sich genommen hat, die befanden sich in einem schläfrigen Zustand. Und mehrere Male kam er zu ihnen und hat gesprochen. Könnt ihr denn nicht mit mir wachen? Und ich kann es mir so vorstellen, dass das ein sehr schwerer Zustand gewesen ist für Jesus Christus. Und sein Geist konnte genauso keine Ruhe finden. Ich weiß es nicht, liebe Brüder und Schwestern, wie dieser Zustand ist. Ich befand mich nie in so dermaßen engen Lebensumständen. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es schrecklich ist, wenn du weißt, dass dein Leben gleich von dir genommen wird. und wenn du weißt, was du für ein Leid und was für ein Schmerz und Spott du jetzt durchlaufen musst. Aber unabhängig davon, unser Herr Jesus Christus betete dort im Garten Gethsemane und nachdem man ihn bereits ergriffen hat und überführt hat und er hat zum Pilatus gebracht worden, dann hat Jesus Christus nach all dem nach diesem Kampf, den er durchlebt hat, mit dem Garten Gethsemane. Dann stand er dort vor Pilatus. Er stand mit Freimut und ohne jedem Wanken und sorgte sich nicht darum, was er jetzt durchleben muss. Er war fest darin. Die Jünger aber, die zu der Stunde nicht mit ihm gebetet haben und nicht mit ihm gewacht haben, es steht geschrieben, dass sie sich alle zerstreut haben und sie sind alle geflohen. Brathe und Säusten, liebe Brüder und Schwestern, wir durchschreiten alle ganz unterschiedliche Lebensumstände und wir befinden uns in unterschiedlichen Umständen. Aber wir haben eine Wahl. Wie werden wir in diesen Situationen und Umständen handeln? Gott hat den Menschen eine Wahl gegeben und Gott hat uns genauso auch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus gegeben, in dem immer Sieg ist, in dem er uns gesegnet hat, der gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe ist. und Apostel Paulus, der wusste, an wen er geglaubt hat. Er wusste und kannte den Herrn, der immer neben ihm gewesen ist, der ihm immer Befreiung geschenkt hat, egal in welchen Umständen er sich befand, sei es in der Verfolgung, sei es im Gefängnis, sei es dann, als er geschlagen worden ist. Gott hat ihm immer den Sieg geschenkt. Als Jesus Christus sich im Garten in Gethsemane befand, dann wusste er, dass er jetzt Not hat an diesem Gebet. Und er wusste, an wen er sich wenden soll. Brüder und Schwestern, heute ist uns eine große Quelle gegeben worden. Eine große Kraft ist uns gegeben worden. Unser Herr Jesus Christus, damit wir nicht mehr auf unsere Kräfte bauen, sondern dass wir zu ihm kommen. Und so wie es in dem Wort Gottes geschrieben steht. all unsere Sorgen auf ihn legen. Und ich glaube daran, dass wenn wir all unsere Sorgen auf Jesus Christus legen, dann werden wir nicht beschämt werden. Und Gott wird nicht an uns vorübergehen. Ich möchte mit euch jetzt beten, damit Gott uns stärkt. Wir befinden uns alle an unterschiedlichen Orten, aber wir leben alle hier im Leib. und wir können unterschiedliche Momente durchleben. Aber unser Gott ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Und zu unserem Herrn möchte ich jetzt beten, damit der Herr uns festigt und uns segnet. in unserer Hoffnung. Amen. Amen. unser lieber Herr Jesus Christus, Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, denn bis an diesem Ort hast du uns geholfen. und deine Gnade begleitet uns und ich glaube daran, dass sie uns auch begleiten wird. Herr, hilf uns, uns vollständig dir anzuvertrauen, auf dich zu hoffen, so wie Apostel Paulus ausgesprochen hat, Gott, aber sei Dank, der uns immer in Christus triumphieren lässt. Herr Jesus, im Namen Jesu Christi, hilf uns, Herr, dass wir uns an den Flug befassen, dass wir nicht zurückblicken. Segnet die Brüder und Schwestern, die heute keine Gemeinschaft untereinander haben können, die sich heute nicht versammeln können in deinem Haus. Segnet sie, Herr, segnet auch all diejenigen, die eine Not in dir haben. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für diesen heutigen Tag und dafür, dass du uns berufen hast und rechtfertigt hast. Mögest du dein Verherrlicht werden, so wie du es alleine wert bist. Otec, Syn und Duh Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, der Heilige Geist. Amen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen, durch dein Allmachs Wohl, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und näherst fort und vor, dann jaugst mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jaugst mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er's gelebt, begnadigt je und je. Dann jaugst mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jaugst mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, im Knechtsgestalt, voll lieb und großer Wut. und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, am Kreuz bezahlen, und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie groß bist du? 10月 have exc inflammation, wo verschwenden Widersitz menden, und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, bis ich euchöhren. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die Antwort auf deine Fragen hörst du leider nicht. Meine Worte für dich sind wertvoller als Gott. Ich geh nach dir suchen, egal wohin du gehst. An den steilen Klippen die Mühe scheu ich nicht. Auch wenn alle dich hier vergessen, ich vergesse dich nicht. Meine Worte für dich sind wertvoller als Gott. Ich lass dich nicht fallen, ich lass dich nicht gehen. Wenn alles zerfällt, werde ich zu dir stehen. An deiner Tür stehe ich, klopf leise und sanft. Und warte schon lang, bis dein Herz aufmacht. Bis dein Herz aufmacht. Ich nehm dir die Last ab, die trägst du viel zu lang. Du wolltest viel erreichen, doch hast auf Sand gebaut. Deine Zweifel und deine Ängste, darf ich dich befreien. Dass die Hoffnung beginnt, das schaffst du nicht allein. Ich lass dich nicht fallen, ich lass dich nicht gehen. Wenn alles zerfällt, werde ich zu dir stehen. An deiner Tür stehe ich, klopf leise und sanft. Und warte schon lang, bis dein Herz aufmacht. Ich lass dich nicht fallen, ich lass dich nicht gehen. Wenn alles zerfällt, werde ich zu dir stehen. Wenn alles zerfällt, werde ich zu dir stehen. Amen. Славься, дивный Иисус, славься, чудный Христос, Пред Тобою стою, Тебе, мой Бог, славу пою. Славься, дивный Иисус, славься, чудный Христос, Пред Тобою стою, Тебе, мой Бог, славу пою. С неба сошел и принес избавление и прощенье, Мир осветил ты зарей искупления, тьму рассеял. И нам восторженным славим любовь Твою, подвиг Твой воспоем, Чудный Иисус, дивный Христос, славу Тебе поем. Славься, дивный Иисус, славься, чудный Христос, Пред Тобою стою, Тебе, мой Бог, славу пою. Славься, дивный Иисус, славься, чудный Христос, Пред Тобою стою, Тебе, мой Бог, славу пою. Славься, дивный Иисус, славься, чудный Христос, Пред Тобою стою, Тебе, мой Бог, славу пою. Славься, дивный Иисус, славься, чудный Христос, Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, Всех, которые смотрят нас на нашем канале. Я благодарен Богу, что мы имеем такое служение в нашей Церкви. Особенно в это время, когда мы не можем собираться. Я благодарен Богу, что мы все-таки можем иметь духовную пищу. И также многие другие церкви выставляют свои служения в интернет. И также они могут получить духовное подкрепление. Славься, Богу. Моя тема сегодня будет Радость. И перед тем, как я начну, я хочу зачитать нам одно местописание. Это будет послание к филиппийцам. Капиттель 4. Четвертая глава. С четвертого стиха. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Знаете, что мне так интересно и что меня так сильно впечатляет? Говорят, что апостол Павел, он был тогда в темнице. И тогда он писал это письмо. Если я себе так представляю по-человечески, что человек находится в вузах и пишет письмо о радости, пишет о мире, то это меня очень сильно впечатляет. И это большой пример для меня. И я бы хотел как раз об этом поговорить, о каком мире говорил апостол Павел. Если мы вспомним, когда Иисус Христос послал 70 учеников, тогда он послал эти 70 по двое, дал им наставление, и они пошли. Когда они пришли обратно, мы видим, что они пришли с радостью. Это мы можем читать в Евангелии от Луки, 10 глава, 17 стих. Это я прочитаю. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Мы видим здесь, что ученики пришли с радостью, и в этом нет ничего плохого. И я думаю, и мы также бы радовались, когда мы так пришли бы обратно с такой мини-евангелизацией, и мы бы пережили в этой нашей евангелизации, как Бог в нашей жизни действует. Но если мы читаем дальше, то мы увидим, что сказал на это Иисус Христос. В 20 стихе. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Мы видим, что Иисус Христос говорит о радости, которая вечно. Мы, люди, можем как-то достигать на этой земле определенной радости. Если я купил себе дом или купил новую машину, тогда я тоже радуюсь. Но эта радость, она временна. Проходит какое-то время, и она просто проходит. Она не держится вечно. Но об этой радости, о которой говорил здесь Иисус Христос, она вечно. И это та радость, что наши имена написаны на небесах. Если мы увидим, что апостол Павел, он имел очень стесненные обстоятельства, и все-таки он писал о радости, тогда мы видим, что апостол Павел, он основал свой фундамент правильно. И его радость была в Господе. И такую радость, она держится вечно. И без разницы, в какой ситуации мы будем находиться, мы будем иметь эту радость. И мы не будем такими христианами, которые безмотивированы идут через эту жизнь. Которые всегда идут так, как будто бы всегда плохая погода. Которые всегда видят только все негативно. Но мы будем такими людьми, которые исполнены радостью, этой вечной радостью, которая независима от нашей обществе или ситуации, в которой мы находимся. Я бы хотел рассказать одно свидетельство во Славу Божьей с моей жизни. Но до этого, как я буду рассказывать, я бы хотел прочитать еще один стих. Это будет послание к римлянам, восьмая глава. Ферс 28. 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Знаете, я и моя жена, мы поженились с моей женой в 2019 году, 15 июня. И Господь нас благословил. И короткое время спустя была моя жена забеременела. И мы, конечно же, очень обрадовались. И мы вместе пошли к женскому врачу. И я думаю, что многие братья, которые имеют жену, они понимают, что это немножко такая непривычная ситуация. Человек может в первый раз видеть УЗИ. Многие радуются увидеть в первый раз своего ребенка в животе. И жены также радуются, конечно. Особенно, наверное, так в первый раз, когда первый ребенок. Но, знаете, у нас это было немножко по-другому. Когда мы выходили от нашего женского врача, нас направили к профессору, у которого лучший рентген, так как у нашего ребенка заметили пару проблем. Знаете, мы это не осознали, насколько это серьезно. Денок мы переживали. Моя жена, она больше не поняла, о чем речь, потому что она работает у женского врача. И я это не так сильно но понял, и поэтому не принял это так серьезно. Я поэтому сказал моей жене, давайте мы обожжем, мы пойдем к профессору и посмотрим, как он сделает заключение. На этот первый термин я не смог приехать, мне надо было туда ехать в школу. И моя жена, она одна поехала туда. Когда она освободилась оттуда, она позвонила мне и рассказала мне этот диагноз, который сказал ей врач. И она сказала, что у нас ребенок, у которого грыжа на пуповине. И что они на 97% сделали заключение, что ребенок будет иметь Даун-Синдром. Также профессор говорил, что будет порог сердца. И в процессе разговора он предложил моей жене лучше сделать аборт, потому что ребенок он проживет, может быть, максимум 12 дней после родов. Потому что с этим диагнозом показывает опыт, что ребенок дольше не живет. Мне нравится, что моя жена сказала. Она сказала, что Бог дал ребенку жизнь, и мы будем так его принимать, как он нам дает. И она также сказала врачу, он знал, что мы верующие. И он сказал, что ваши молитвы, они помогают. И мы позже это также видели. Я тогда сел в машину и поехал домой. И я так думал по дороге, пока я ехал в машине, как мне сейчас правильно обойтись в этой ситуации, как мне быть с моей женой. Как должны мы сейчас стоять перед Богом, как мы должны правильно молиться, чтобы не сделать ошибки, и чтобы не огорчиться на Господа, и не искать ошибки. И знаете, я так ехал, и я понял, что мне надо это предать в руки Божьи. И я подъехал к светофору и ждал, пока приедут люди. И рядом было такое место, где работают инвалиды. И у них закончился рабочий день, и они шли оттуда домой. И там я, знаете, как раз видел этих людей, которые имеют этот Даун-синдром. Это нельзя проглядеть. И я так представил себе, что мне надо жить с этой реальностью, чтобы у меня тоже был такой ребенок и доверять Богу. Это было очень трудно для меня. И мне надо было теперь предать это все в руки Божьей и полностью довериться Ему. И с этой ситуацией все равно жить с радостью. Я поехал домой, я плакал, молился Господу и предал это все в руки Его. Мы молились вместе с моей женой дома. Потом мы сидели вечером дома. И я сказал моей жене, Я сказал, знаешь, Анника, теперь видно разницу между человеком неверующим и человеком верующим. Потому что у нас есть надежда и упование на Бога. И мы можем все предать в руки Божьей. И наша радость то, что наши имена, они написаны на небесах. И я хочу, чтобы вот это время, когда ты беременна, чтобы мы смогли эту радость сохранить. Чтобы мы доверяли Богу. И чтобы мы доверяли, что Он не делает ошибок. Знаете, первый день он был такой тяжелый. Понятно, когда получаешь такую информацию, и оно первое время тяжело, и тебе надо предать это в руки Божьей. Но знаете, когда ты окончательно предал это в руки Божьи, тогда все становится как раньше. Ты можешь радоваться. Ты можешь ехать к семье, к друзьям. И ты не думаешь постоянно об этом. И ты имеешь эту вечную радость. Я благодарен моему Господу. И 5 марта наша маленькая девочка появилась на свет. Она родилась с определенными сложностями. Но знаете, у нее не было никакого Даун-синдрома. У нее нет инвалидности. И она здоровый ребенок. И мы знаем, что это сделал Господь. И мы благодарны Господу, что Он сделал такое чудо в нашей жизни. Знаете, вот в это все время я наблюдал за моей женой. И я, конечно, переживал. И мне было важно, чтобы мы правильно поступали перед Господом. И знаете, я каждый раз опять и опять радовался, когда я видел, что моя жена, она все-таки еще носит эту радость в своем сердце. И знаете, братья и сестры, это важно, чтобы мы наш фундамент строили на Господе. Тогда мы будем всегда иметь эту радость в себе. Без разницы, что будет вокруг нас. Без разницы, что произойдет. Тогда мы будем иметь эту радость. Тогда мы не будем христианами, которые только ропщат. Которые все видят только негативно. Но мы будем радоваться и с радостью служить Господу. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой слушатель, я не знаю, в какой ситуации ты сейчас находишься. Но я хочу тебе сказать, также и в этой ситуации, в которой мы находимся сейчас, где находится сейчас весь мир, и может быть, в последнее время ты не носишь эту радость в себе, то может быть, как раз пришло то время, когда ты можешь проверить, на чем ты строил свою радость. На чем строится твой фундамент? Об чем ты радуешься? Потому что, если ты радуешься тому, что твое имя написано на небесах, тогда ты будешь и сегодня иметь радость, независимо от того, в какой ситуации ты находишься. Конечно, если мы находимся в какой-то трудной ситуации, оно влияет на нас. И нам надо что-то переварить. Но если мы ходим годами в таком состоянии, то это не то, что ходит Иисус в нас. Но Христос сказал, что мы должны радоваться тому, что наши имена написаны на небесах. Если твое имя еще не написано на небесах, то ты можешь это поправить. Сейчас время, где ты можешь это поправить. И все те братья и сестры, которые уже знают Господа, я хочу вас от сердца призвать, чтобы мы проверили самих себя. Имеем ли мы эту радость о Господе нашем, Иисусе Христе, нашим Спасителем? Имеем ли мы эту уверенность тому, что наши имена написаны на небесах? Имеем ли мы эту радость? Пусть Господь поможет нам. Я хочу прочитать еще один стих. И этот ферс, я хочу, чтобы этот стих это была мотивация для нас, для каждого нашего дня. Это будет 117-й Псалом. Ферс 24. Дис ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Все день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный. Либо брат, либо швеста. Дорогой брат, дорогая сестра. Либо zuhörer. Дорогой слушатель. Dieser Tag hat der Herr gemacht. Все день сотворил Господь. И мы можем радоваться об этом. Без разницы, в какой ситуации мы находимся. Мы можем радоваться в нашем Господе. Auch в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Мы можем радоваться в Господе. Я хочу с вами помолиться. Чтобы Господь помог нам. Если у нас не было этой радости в последнее время. Чтобы мы опять приблизились к Господу. Чтобы иметь эту радость и уверенность, в том, что наши имена написаны на небесах. И пусть Господь поможет нам проверить себя. Об мы имеем эту радость в себе или нет. Ласте uns gemeinsam aufstehen. Давайте вместе встанем. Кто может, может преклониться. И помолимся. Дорогой Господь Иисус, я благодарю Тебя. За это время, которое Ты нам даруешь. За это тяжелое время, в котором мы находимся. То, что мы все-таки можем иметь эту духовную пищу. То, что мы имеем этих братьев и сестер, которые становятся. И инвестируют туда свое время. Для того, чтобы мы и дальше получали эту духовную пищу. В это время, когда мы не можем собираться вместе. О, Спаситель наш, благослови нас. Помоги нам думать всегда об этом. Что наша радость, она в Тебе. То, что это есть вечная радость. То, что всякая другая радость, она временна и приходящая. Но Твоя радость, Господи, которую Ты нам даешь, она вечная. Господи, благослови также всех тех, которые еще не имеют эту радость в своем сердце. Дай им, Боже, покаяние, чтобы приблизиться к Тебе, чтобы и они тоже имели эту уверенность и радость в своем сердце. Благослови нас, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова